Das Thema, mit dem ich mich befasst habe, das war das jüdische Leben in Meckesheim in der Zeit vor 1940. Also endet im Grunde mit der Deportation der letzten jüdischen Männer und Frauen hier aus dem Dorf. Ich bin vor vielleicht 30 Jahren zufällig über den Meckesheimer Friedhof gestolpert, also über den jüdischen Friedhof und war erstaunt, dass ich bis dahin nie was gehört habe, dass es hier einen jüdischen Friedhof gibt. Und ich fragte dann hier die alten Meckesheimer, wusstet ihr, dass hier Juden gelebt haben? Und sie sagten, ja klar wussten wir das. Und mehr wussten die Leute aber eigentlich gar nicht zu erzählen. Und ich hatte damals keine Zeit, war durch Familie und Beruf sehr eingespannt und kam eigentlich dann erst die letzten Jahre dazu, da genauer zu recherchieren. Meine Frage, die mich so eigentlich getrieben hat all die Jahre, war, wer waren diese Menschen hier im Dorf? Und wie haben sie interagiert mit der damaligen christlichen bäuerlichen Gesellschaft? Ich hatte viele Zeitzeugeninterviews geführt und im Laufe der Zeit dann auch Kontakt bekommen mit Nachbarn, mit Überlebenden und dann natürlich viel Archivarbeit. Also ich war viele Monate immer wieder in Karlsruhe, hier im Kreisarchiv, in allen großen deutschen Archiven im Grunde unterwegs und habe da recherchiert. Also überraschend war für mich, dass auch nach dem Krieg, also nach dem Ende des Faschismus, die Opfer, aber auch die Täterfamilien keine Worte gefunden haben für das, was geschehen ist. Also das Schweigen, das auf beiden Seiten zu Hause war, über eine ganze Generation, das hat mich sehr überrascht. Und interessant ist, die Zeitzeuginnen waren sehr gewillt zu berichten. Also da hatte ich wirklich so das Gefühl, sie wollten eine Sache zum Abschluss bringen und haben mir wirklich viele Informationen, viele Fotos und viele Geschichten geschenkt. Und da bin ich dankbar drum. Beeindruckt hat mich auch, als die Zeitzeuginnen erzählt haben, wie die Meckesheimer Bevölkerung reagiert hat, als die Juden deportiert worden sind und es zu Zwangsversteigerungen ihrer Habe kam. Wie gierig die Menschen waren, sich diese fremden Besitztümer anzueignen und wie groß die Scham hinterher war, sich dieses Themas auch zu stellen. Es ist nicht einfach, mit so einem Thema in einem Dorf aufzutreten, weil natürlich, wo es Opfer gibt in einem Dorf, gibt es auch Täter. Und die Nachfahren der Täter, die leben zum Teil noch hier im Dorf. Und denen war es nicht recht, dass dieses Thema aufgearbeitet wird. Aber ich habe immer gesagt, es geht nicht um Beschämung, es geht nicht um Beschuldung, sondern es geht um historische Wahrheit. Wir Nachgeborenen sind nicht verantwortlich für das, was geschehen ist, aber wir sind dafür verantwortlich, wie wir mit der historischen Wahrheit umgehen. Also Heimat ist für mich mit Sicherheit die Freiheit in meinem Kopf, also zu denken. Heimat ist aber auch das Zusammenleben mit Menschen, die mir wichtig sind. Das ist weniger ein geografischer Ort, als eher ein sozialer Ort oder ein geistiger Ort. Das ist weniger ein geografischer Ort, als eher ein geografischer Ort.